Guten Abend, begrüßen zu unserer Ausstellungseröffnung Tibet, Menschen und Landschaften von Dr. Michael Butzki. Dass sich über 100 Personen zur heutigen Ausstellungseröffnung angemeldet haben. Das zeigt ein großes Interesse der Kirchnerin Tellensförder an dem Engagement des Förderkreises Patenschulen e.V. Immer schon hat er ein Fotoapparat dabei gehabt. Also einmal um seine eigene Reise zu dokumentieren, aber auch als Möglichkeit um mit dem Menschen in Kontakt zu kommen. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.